Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Crash of the Titans. Und ja, ihr seht ganz richtig, ich habe Gold geholt. Ich habe in diesem verdammten Devil Gold geholt und wow, es war hart. Er hat mich schwer aufgeregt, aber im Endeffekt ist alles gut gegangen. Episode 10, here it comes. Und der zweite Spielobot war natürlich auf der linken Seite des Tunnels. Falls ihr euch jetzt fragt, aber wo war es der zweite Spielobot? Wenn du schon nichts zeigst, du Arsch. Naja, wisst ihr Bescheid. Episode 10, ein Matsch zu weit. Das hört sich verdammt scheiße an, weil dieser komische Atommüllgegner Matsch heißt. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was ist hier? Gar nichts. Gut. Hätte hier sein können. Ja! Alter, ist doch jetzt mal gut. So, erste Patchmaske. Gut, ich habe ihn gepatcht. Dann schnell mal rüberchangen. Dann holen wir uns den. Ich gebe mir erstmal eine mit. Aber, kein Problem für mich. Na scheiße, jetzt gebe ich uns auch eine mit. Oh, der gibt uns noch eine mit. Aber egal. Komm her, mein guter alter Freund. Du gehörst doch zu meinen Verwandten. Sehr gut. Ah, da ist ja noch einer. Hallo! Mann, warum ist die mir denn alle eine mitgeben? Oh, scheiße. Die darf ich doch nicht töten. Weil, wer weiß, was die Kombo hier ist. Ja, okay. Ich bin Kombo-König. Alles klar. Oh, dann haben wir das schon mal hinter uns. Oh, das ist so super. Äh, ich wollte jetzt gar nicht. Ja, ist doch gut. Aber übrigens, ich habe nur noch ein oder zwei Leben. Das sage ich natürlich jetzt ein bisschen spät, aber... Nur damit er wisst. Das hat mich schon ein paar Leben gekostet. Das hat auch 100%. Oh, da war der Konter. Da war der Konter. Und da ist es. Da ist er. Da hat er ihn. Und da... Jetzt auf. Hier ist aber jetzt gar nichts mehr gewesen, ne? Nein! Oh, ich wollte schon sagen, ey. Oh, ich habe gedacht, ich hätte dich verloren, aber da hast du nicht mehr viel Leben. So, stell mal die Bombe, bitte. Ich habe ein bisschen zu viel Angst. Ich habe ein paar Kiste. Oh, Leben. Thanks, Gott. Aber gut zu wissen, dass die Kombo hier einfach zu holen ist. Aha. Was soll das bedeuten? Ich mache mich einfach kaputt. Kapotzka! Okay. Ist hier irgendwas drinne? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Kann ja alles sein. Hauptsache. Hauptsache, ich werde direkt von der... Wow! Crashy! Genau, der Crashy. Wer kennt ihn denn? Der gute Olle, Crashy. Da ist die Konzept-Grafik. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Gut, da war die schon mal. Oh, das habe ich nicht gesehen. Da fehlen uns nur noch die Spiobots, wovon ich jetzt noch gar keinen gesehen habe und ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Dann fehlt uns noch der... Der... Der Room. Ich weiß... Ich weiß, wer nicht wie es heißt. Aber ihr wisst schon was, ich meine. Es gibt nur 10. Das heißt, das Level wird nicht besonders groß sein. Ich habe irgendwie Angst, dass ich so ein paar Spiobots übersehen habe. Oh, lass die jetzt bitte noch alle da kommen. Ich kriege keine Patch-Maske. Alter! Alter, ohne Patch-Maske. Keine Chance, ey. Ich hasse die. Ja, nur noch ein Leben. Gib mir wenigstens eine Patch-Maske. Okay, okay. Happen, 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 happen. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles ist super, ich habe ihn. Geleitdauer-Upgrade, nice. Handlanger König, nice. Mir fehlen aber trotzdem noch verdammt viele Spiobots. Drei, um genau zu sein. Ich würde auf jeden Fall hier gerne alles mitnehmen. Kannst du die Tür irgendwie aufbrechen? Nein. Gibt es in dem Level überhaupt Spiobots? Ich habe... ...noch keinen einzigen gesehen. Da hinten sehe ich den Raum. Ist ja schon mal gut. Ich habe noch keinen einzigen von den Dings gesehen. Von den Spiobots. Ich habe mir ein bisschen Angst. Oh, wir haben wieder ein paar Leben. Das ist schön. Wir siegen alle Feinde, bevor die Zeit abläuft. Gehe ich wenigstens eine Patch-Maske. Ja, dankeschön. Mit der Patch-Maske ist das easy. Mit der Patch-Maske ist das mehr als easy. So, dann machen wir den hier noch. Komm her. Das war es doch, oder? Warum war es das noch nicht? Wo sind noch Feinde? Ah, da kommen wir noch. Oh, oh. Okay, jetzt haben auf einmal meine Kollegen... ...da auf einmal... ...ist egal. Ich bin froh drüber. Ich bin froh. Ich bin doch da froh drüber. Ich bin froh drüber. Nice. Nice. Kommt noch welche. Ja. Okay. Nein. Okay. Schnell auf den Bälber. Schnell auf den Bälber. Alles klar. Töte den. Schnell den Bälber. Da ist noch einer. Wusste ich. Ist mir egal. Ich hab dich. Lass das bitte alle gewesen sein. Ja. Oh, thanks God, ey. Dankeschön. Ich scheiße jetzt mal da hinten drauf. Ach nein. Ach, nicht auf den Bälber. Aber wie gesagt, ich hab immer noch keine Spiobots. Irgendwie war meine Steuerung grad ein bisschen fail am Platz. Da ist ja auch egal. Ich hab irgendwie Angst, dass da das Levelende ist. Ich hab so sehr das Gefühl. Aber ich hab keine Spiobots. Schnell besiegt Chris. Er hat schon wieder diesen Blick in den Augen. Das sind die Spiobots. Keine Patchmaske. Das ist unmöglich. Das könnt ihr doch... Das könnt ihr doch so vergessen. Wie ohne Patchmaske. Okay. Alter. Nee. Null Chance. Ohne Patchmaske. Null Chance. Null Chance. Wie? Ohne Patchmaske. Kriegst du das nicht hin? Bitte, Skop, Marilla. Hilf mir. Ja. 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 Ist mir so scheißegal, ey. Oh, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Hey, ich hab noch nie. 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 Komm. Nice. Ich bin gerade so konzentriert, Leute. Ich hab kein Leben mehr. Tut mir leid. Ja. Kriege stehen da oben irgendwie. Ja. Oh, wer hätte damit denn gerechnet, ey. Ich geb mir den da oben. Ich muss auf den da drin aufpassen. Quatsch. Machen kaputt. Nice. Wo ist der dritte? Scheiße. Scheiße. Wo ist der dritte? Scheiße. Da. Okay. Happen. Happen, 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 happen. Mach. Alle Spielbots. Alles zerstört. Oh, oh. Kommt jetzt. Das ultimative Battle. Skoparella gegen Skoparella. Holy shit, Leute. Holy shit. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich gerade auch am Zittern bin, weil ich einfach kein Leben mehr habe. Ich hab so Schiss. Nice. Wechsel. Super. Super. Wieder ein Leben. Hier rein. Ich hab alles. Ich hab alles. Oh mein Gott. 20 von 20. Alle Spielbots. Ich bin der Combo-König. Ich hab Gold. Ich habe den Scheißraum. Wie auch immer der nochmal heißt. Mojo-Raum. Ich habe die Konzeptgrafik. Bitch, please. Nice. Dann gucken wir uns mal die Konzeptgrafik an. Beim letzten Mal hab ich ja nicht wirklich viel gesprochen. Das sagt mir gar nichts. Das sieht schön aus mit dem Feuerwerk. Oh. Hat was. Das sieht nach dem Tor aus, wo wir eben mal waren. Ja. Das ist das Tor. Da waren wir auch eben. Ja, da gerade. Oh. Da sieht man den Arsch. Von Engines. Statue. What the damn mother of fuck. Alles klar, Spiel. Oh mein Gott. 100%. Ich bin zufrieden, meine lieben Freunde. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Mal wieder. Das würde mich sehr freuen. Und ich sag bis dahin. Tschüss. Tschüss.